Jo Leute, kurz bevor das Video anfängt, haben wir noch was für euch und zwar hat PyroWeb uns für euch einen 10% Gutschein klar gemacht. Richtig, richtig geil. Also wenn ihr eure Silveste-Bestellung dieses Jahr noch nicht getätigt habt, tut das über unseren Link. Da kriegt ihr 10% einfach abgezogen, ihr müsst nichts mehr eingeben, richtig geiles Ding. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei den PyroStylers HD. Heute haben wir eine richtig fette Batterie für euch und zwar die Daredevil 31 Schuss, 485 Gramm Schwarzpulver sind hier drin. Wir haben sie dieses Jahr zum ersten Mal und ja, machen wir uns mal ein Bild drüber. Packen wir das Ganze einfach mal aus. Übrigens, 25 Millimeter Kaliber, schwarze Folie. Anscheinend bei Veko 2019, 2020 neu. Finde ich tatsächlich, ehrlich gesagt, besser als die Veko Folie obendrauf. Sieht eleganter aus. So, ganz normal Standfuß, wie man es gewohnt ist. Das ist ein gewohntes Design von Veko und zu dieser Seite richten wir es aus. Hauptzündung haben wir hier drüben und dann würde ich sagen, Zündung. So Leute, ich muss auf jeden Fall sagen, eine sehr qualitativ hochwertige Batterie von Veko mal wieder. Die Daredevil, jetzt weiß ich auch, warum Mr. Pyromanager die so feiert. Wir feiern sie jetzt genauso. Wahrscheinlich kommt sie nächstes Jahr entweder mit aufs Brett oder wir holen sie uns auf jeden Fall nochmal. Auf jeden Fall kriegt man dafür sein Geld relativ viel. 20 Euro hat die, glaube ich, gekostet. Richtig fett. Und ja, würde ich sagen, wenn euch die Batterie genauso gefallen hat wie uns, dann lasst doch ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis dann. Ciao.